Hallo ihr Hübschen! Heute soll es in meinem Video mal um Pelz gehen, also Kunstpelz. Ich finde den nämlich total toll und habe mir deswegen auch was gekauft. Das zeige ich euch jetzt mal. Da habe ich mir hier diese Felsstülpen gekauft beim Deichmann. Also es ist Kunstfels für alle Tierverliebten daraus. Und ich würde keinen Echtpelz benutzen. Es ist Kunstfels. Ja, jedenfalls habe ich mir diese Kunstfelsstülpen gekauft. Die haben 6,95 Euro gekostet. Die gab es auch noch größer für 9,95 Euro, aber ich fand die reichen voll und ganz. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Die Stiefel dieses Jahr sind ja auch alle total mit diesem Fell so angehaucht oder wie auch immer. Und ich wollte das jetzt einfach auch mal probieren. Ich finde es auch sehr schön, wenn es so schön wuschelig ist und so. Ich habe die jetzt noch nicht ausgepackt. Hier nur an einer Seite sind die offen. Dann kann ich euch das zeigen hier so. So muss ich dann da durch. Ist euch klar bestimmt. Ja, und ich fand die einfach super schön. Die sind jetzt auch nicht so wuschelig, aber trotzdem cool. Und dann habe ich mir noch bei H&M diesen Kunstpelzschal gekauft. Das habe ich dann hier so drum gemacht. Ich dachte, als ich ihn gekauft habe, dass der so ähnlich ist wie die Stülpen, dass das dann zusammenpasst. Also es ist ein bisschen anders jetzt. Es ist, naja, weil hier so schwarzer Kunstfell mit drin ist und hier halt so ein weißes. Aber ich finde ihn trotzdem wirklich auch sehr schön und ich werde es auch irgendwie zusammen kombinieren. Der hat jetzt 15 Euro gekostet, also 14,95 bei H&M. Den gab es auch noch in zwei anderen Farben, noch in heller, so gräulich schwarz und in ganz dunkel. Das wäre vielleicht eher die Farbe wie die Stülpen gewesen. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Aber der ist auf jeden Fall total wuschelig und schön und dann habe ich mich auch gleich verliebt. Dann wird hier hinten, hat er so einen Zwickzwack, dass man ihn zusammenbubbeln kann. Und dann ist der von innen auch wie aus so einem Sertangstoff genäht. Also ich finde das total schön. Ich habe mich in diese Kunstpelzgeschichte irgendwie jetzt verliebt. Ich habe auch noch ein paar total coole Handschuhe bei TK Maxx gesehen, wo hier unten dann noch so ein Pelz ist. Da muss ich mal sehen. Die kosten allerdings 20 Euro und das ist schon ganz schön teuer für ein paar Handschuhe. Muss ich erst mal überlegen, ob ich die kaufe. Aber das finde ich jetzt schon wirklich total toll. Es ist jetzt 15 Euro kein Schnäppchen, wenn man überlegt, es ist ja doch nur ein Schal. Aber ich fand ihn halt so schön und habe ich mir gedacht, nimmst du den mit? Und die Stülpen finde ich mit 6,95 ist das wirklich ein toller Preis. Weil wenn man überlegt, was die ganzen Stiefel mit dem Pelz kosten, da gibt es gerade welche, die finde ich auch so toll. Die kosten aber 34 Euro. Und wenn ich da einfach an manche einfache, die ich vielleicht für 30 Euro bekomme, oder naja gut, oder welche, die ich noch vom letzten Jahr habe, das oben ranschmeiße, sind die total toll aufgewertet. Ich bin total im Trend dieses Jahr und ich habe Fellstiefel. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal dazu schreibt, wie ihr das findet, wie ihr zu diesem Kunstfeld steht. Was ihr zu diesem Trend dieses Jahr sagt im Winter und generell könnt ihr mir schreiben, was euch dazu einfällt. Ich würde mich super freuen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns. Tschüss! Tschüss! Tschüss!